Damit wieder recht herzlich willkommen, hier wieder zurück auf unserem Kanal, zu einem neuen Projekt und zu einer neuen kleinen Demo und zwar spielen wir heute Sinking Iron. Das Ganze wurde vorgeschlagen auf unserem Discord, falls ihr das noch nicht wisst, Link ist unten in der Beschreibung im Discord, kommt gerne mal mit dazu, da könnt ihr gerne Spieler auch vorschlagen. Und ansonsten würde ich sagen, gucken wir einfach mal direkt rein. Und wir schauen mal, was uns hier erwartet. Die Schriftart ist für mich gerade ein bisschen komisch. Okay, you are the apprentice, the apprentice. Good luck. Okay. Dann gucken wir mal das. What? Ja? Okay. Gut, dann gehen wir mal nach unten zur Sub, also hier zum U-Boot, weil da müssen wir ja anscheinend hin, da in die Ecke. Wow, ich kann nicht sprinten. It is awesome. Hier komme ich nicht rein. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen sollte, das ist aber süß, aber irgendwie, weiß ich nicht. Also, ich mag ja Katzen, hab ja selbst eine? Also, privat. Aber irgendwie hat die doch was. Also, irgendwie ist die doch süß, muss ich sagen. Also, irgendwie gefällt sie mir doch. Okay, wir gehen mal runter. So, Sub, Substation. Oh, Black Warsnake ist ja auch wieder da, der zimt immer diese Alerts. Oh, danke dir, Black Warsnake, für deinen Alert. Gut, wir sollen uns die Toolbox, äh, Tool... Wir sollen die Toolbox mitnehmen. Warten wir mal doch glatt. Jetzt ist die Katze hier unten. Loi, waddi. Okay. Okay. Ich will sie streicheln. Ich will mit ihr ein bisschen knuddeln. Ist es eigentlich Absicht, dass jetzt da so eine Katze ist, zur Beruhigung? Also, es wirkt. Bei mir zumindest. Also, mich berühmt sowas. Okay, komm, wir rein ins U-Boot. Hmm, also ich weiß nicht, U-Boot. Hallo? Ja, check, check, check. Welcome. Welcome. I know she looks a bit rough, but this girl never let me down once. You are going quite deep in the ocean, so make sure to take care of her. Look around, there should be a big dent in one of the walls. Use your hammer to take care of it. Oh, eine Dental Wall? Was ist denn eine Dental Wall? Also, eine kaputte Wand oder... Was? Bin ich jetzt schon... Ich bin jetzt schon verloren. Ich hab jetzt schon keine Ahnung. Warte mal, hier, ne? Mach das zu! Ja! Was für eine Gun? Once it's welded, you need to hammer it back into place. Ja, dann... Good work! Make sure to fix those legs as soon as possible to avoid flooding the entire sub. Well, you seem to be ready. Let the descent begin! Captain, over! Ähm, was? Ich... Hä? Ich tauch jetzt ab und muss jetzt währenddessen wieder runtergehen. Äh, das U-Boot? Wie ist denn? Was ist denn das für ein U-Boot? Also, weiß ich ja nicht, ne? Also, also U-Boot an sich ist ja schon super beklemmend. Ich weiß nicht, habt ihr mal... Wart ihr mal im U-Boot? Also, ich hab... War mal... In so einem U-Boot-Museum. Und es war nicht schön. Also, es war schon schön, aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen... Tage, Wochen in so einem U-Boot zu verbringen. Und vor allem nicht, wenn ich das denn noch reparieren muss. Wenn ich im Tauchgang irgendwie merke... So, ja, da ist ein Loch. Oder ja, hier ist eine Beule. Reparier mal so. On the fly. Ja, klar. Easy. Okay. Tauchgang. Geil. All right. You can check your depth by looking at the gauge on the right side of the subs controls. Once that little red thing reaches the bottom, that's when we reach our goal. Klar. No, was ist denn jetzt passiert? I found that up here. Did you hit something? Nö. Oh, you definitely hit something. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab doch... Was? Was? Ja, Captain over. Genau so. Was? Wir... Okay, ich muss fixen. Was? Gibt's hier was zu fixen? Hallo? Ich will hier raus. So, wir fixen alles instant. Das scheint hier so ein Reparatursimulator zu sein. Im U-Boot. Geil. Okay. 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 Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Nicht so. Okay, also wir müssen warten, bis das Ding hier nach ganz unten ist. Dann haben wir unser Ziel erreicht. Und ich geh mal davon aus, dass auf dem Weg darunter wir Bekanntschaft machen mit verschiedensten Ungeheuer. I don't know. Wir haben jetzt irgendwas da hinten. Okay. Ich weiß nicht, ich find das nicht so zu passen im U-Boot. Also, ich weiß... Was ist denn jetzt hier los? Ich wusste auch nicht, dass das Game so ist. Ne? Also, ich... I don't... Ja. Okay. Okay, okay, okay. Also, wir kriegen ja noch alles. Also, noch... Noch ist alles... Äh... Easy. Noch können wir... Alles auf die Schnelle reparieren. Ja, gar kein Problem. Aber ich glaube, dass das... Dass der Intervall immer schneller und schlimmer wird. Glaube ich. Und dann... Irgendwann wird's in Hekniker ausatmen. Und Panik und keine Ahnung. Also, ja. Hör doch auf. Was passiert denn immer andauernd? Also... Hörst du auf? Ja, genau. Das hab ich mir nämlich gedacht. Jetzt geht's hier nämlich richtig ab. So, jetzt haben wir nämlich schon zwei Stellen. Und irgendwann werden's dann alle vier Stellen. Natürlich immer am weitesten weg. Ne? Also, ist ja jetzt nicht so, dass die hier nebeneinander sind. Wo ist er? Ja. Äh, ja, 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 ja. Okay, okay, okay. Das müssen wir fixen. Hör doch auf. Ich bin nicht so schnell. Ich sag ja, das artet in Stress aus. Es ist gar nicht gut. Gar nicht, gar nicht gut. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Wo ist, wie, was? Ich, warum, warum ist denn, ist jetzt hier schon so viel Wasser drin? Was ist denn, nein. Ich bin doch hier, ey, wirklich. Ich mach hier schon ein auf Master of Disaster. Was ist denn, oh, hier. Ey, so schnell kann doch gar nicht. So, beruhigen wir uns jetzt hier? Hallo? Nein. Da hinten. Oh. Okay, okay. Kann ich das Wasser irgendwie auch wieder ablassen? Also, geht das, dass ich Druckausgleich machen kann oder irgendwas? Falsche Seite. No. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, genau. Oh, ganz schnell, ganz schnell. Hör doch auf. Falsche Seite. Nochmal falsche Seite. Das ist jetzt aber auch hier. Hör doch auf. Ich kann mich auch nicht mehr so schnell bewegen. Das ist ja das Problem. Irgendwann also, ne? Weil ich werde immer langsamer mit dem... Hör doch auf. Mit dem Wasser. Was? Haben wir es geschafft? Hallo? Kannst du mich hören? Ja. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Ich glaube, du hast auf den Boden erreicht. Und ich glaube, ich kann dich abholen. Hör doch mal. Okay. Okay. Wir, wir warten. Okay, jetzt muss ich immer, wenn da sowas kommt, muss ich jetzt das anmachen oder was? Okay. Okay. Es kommt jetzt. Du bringst mein Baby zurück in die Leben. Captain Over! Dieser Captain Over-Typ, Alter, der ist wirklich... Ich kriege einen zu viel. Also das Auge ist auch nicht... Hörst du auf? Ich habe gesagt, hör auf damit. Oh, Panik. Hektik. Alles. Ach, da ist ein Auge. Scheiße. Das muss ich vielleicht wegmachen. Oh, das ist ja... Das ist ja... Gar nicht so einfach. Ist da vorne wieder ein Auge? Geh weg! Hä? Was ist... Was ist los? 257! Erstmal Hallo! 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 Danke dir für die Nachricht und danke dir für... Ah, den Follow! Nee, nicht Follow! Für deine Subscription. Okay. Also das mit dem... Mit dem... Mit dem... Mit dem Auge ist... Gar nicht so einfach. Also weil ich habe... Also... Ja, ist halt... Ne? Multitasking... Ja, ist nicht meine Stärke. Aber komm, wir probieren es nochmal! Haben wir am nächstensten einen guten Checkpoint? Okay, wir sind auf jeden Fall... Okay. Ich sehe das auch mit dem... Mit dem... Mit dem hier... Den... 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 Klubsch-Auge sehe ich leider nicht so gut. Das ist halt irgendwie... Das übersehe ich gerne mal. Warte mal auf. Okay, jetzt wird es ein bisschen hektisch. Ich drücke jetzt hier überall immer E. Einfach, weil ich es kann. Ist hier noch irgendwer? Hier noch irgendwer? Nein. Okay, da hinten. Da ist ein Auge. Oh! 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 Hier irgendwas? Da war was? Da war was? Okay. Haben wir, haben wir... Haben wir, haben wir, haben wir! Auge, Auge, Auge! Nein! Kaputt! Oh Gott! Oh! Oh! Also ich kann jetzt auch gerade gar nicht so viel dazu sagen, weil ich bin komplett überfordert mit allem. Also, ist ja nichts Neues, aber... Mach zu! Was ist hier drücken? Oh Gott! Das ist ja hier Stress pur! Irgendwo ist ja hier bestimmt ein Auge. Da vorne. Geh weg! Oh, ich würde gerne das Wasser irgendwie wieder ablassen. Also, einfach um mir Zeit zu kaufen, weil ich glaube... Bist du weg? Weil ich glaube, das wird nicht lange gut gehen. Habe ich noch irgendwas übersehen? Vorne. Auge, Auge, Auge. Nein. Auge, Auge, Auge. Nein. Hör doch mal auf hier hinten immer! Ich sehe nichts mehr. Es ist alles weg. Unangenehm, Freunde, unangenehm. Wo ist denn jetzt da? Auge, Auge, Auge. Nein, kein Auge. Okay. Auge, Auge, Auge. Ey, jetzt ist sie hier schon wieder... Auge, Auge. Alles ob! Geh weg! Geh weg! Wo war's? Wo? 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 Da. Wo ist es? Ich gehe weg! Ah! Was? Haben wir es geschafft? Okay. Ey, mal blöd gefragt, warum sind wir denn... Warum sind wir denn überhaupt runter? Wir haben doch... Also, wir haben doch nichts mitgenommen und... Hä? Also welchen Grund hatte das, dass wir jetzt da unten... nach da unten gegangen sind? Außer, dass wir... ein Glupsch-Augenmonster gesehen haben. Okay. U-Boot testen vielleicht? Vielleicht. Du solltest den neuen Hammer testen. Ja, klar. So, jetzt ist aber das U-Boot auch weg. Hey, hey. Super. Hm, ist ja gar nicht unangenehm. Ist ja überhaupt nicht dunkel. Oh, wo ist denn die Katze? Ja, I don't know, Captain. Er ist weg. Hey, 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 hey. Ich hab gar nichts gemacht. Äh. Oh, ich bin nicht der Kapitän. Okay. Oh, ich bin nicht der Kapitän. Oh, ich bin der Kapitän. Oh, ich bin der Kapitän. Okay. Ey. Okay. Ja, das war Sinking Iron. Eine kurze, knappe, kleine Demo. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Schreibt gerne einen Kommentar, ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und falls ihr es nicht schon gemacht habt, gerne auch ein Abo dalassen. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Projekt. Bis dahin sag ich erstmal. Eingehauen. Eingehauen.